3 warte warte erstmal in F5 Modus und F1 was geht das? ja das muss aber einstellen ja egal und wer warte ist er heiß also ja wer soll starten weiss ich nicht paper and paper and this hallo und willkommen zu let's play together with Gizmo hallo hallo Regan hallo Gizmo du hast mir eben einen Zaubertrick gezeigt hallo kann ich auch was ist das für ein Buch ah links gefundene Gegenstände du bist ein mutiger Pionier du bist das vorlösen du bist das vorlösen ich seh dich an einem trockenen Ort ich seh dich an einem trockenen Ort oh da ist ne Insel oh da ist ne Insel guck mal da vorne kann ich einge... scheisse ja wir spielen jetzt Raft als neues Projekt NEIN NEIN ja bei ja bei ja ja bei ja bei ja bei ja ich hab die Blanken komm schon Fässer ja hab eins ja und ja wir spielen Raft und äh bei uns beiden kommen Videos also abonniere beide Kanäle und dann verpasst ihr euch ja ey es ist Fässer nein ich hab's nicht weisst du was komm ich schwimm hin der tut schon nichts der Hai hä man ich drück die ganze Zeit die Fässer pass ich hab's ich hab's Aua Achtung der Hai komm der hat mich bezweckt Hilfe ey ich kann Hilfe wir fahren gleich mitten in die Insel und wieso kann ich im Wasser springen und kann's mir so klären ja 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 aber wir sind gott rote bluten äh nein aber wir sind dazu 1000 Mal vorbei gefahren Ah ja, hier ist eins. Da ist ein Blatt, ja. Äh, hast du das gesehen? Was? Ja, zieh das mal ran. Zieh das jetzt mal ran. Fällt dir was auf? Das geht durch den Sand. Das macht richtig viel Sinn. Aber ich hab's eingesammelt. Ja, jetzt kann ich auch einen Sliden machen. So, Bauhammer. Guck mal. Wie hast du das gemacht? Das Gesamt braucht noch vier. Äh, drei. Guck mal hier unten. Komm mal. Au! Hä, wo ist der hin? Wieder nach unten? Hä, der hat mich ge... Oh! Bitte! Und wie kommen wir hier eigentlich wieder weg? Ja, wenn... die Fländer fahren? Ja, scheisse! Ähm... 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 Ich bin da unten. Ich bin jetzt an der Insel wieder. Au! Ach da! Hast du Spaß mit unserem... Ehm... 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 Woll ich dem eigentlichen Namen geben? Ehm... 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 outside... Ehm... 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 Ich bin... Ehm... Ehm... Ich will ja nix sagen, aber ich hab kaum noch Leben! Und ich hab das Gefühl, man ist in dem Spiel richtig langsam! warte auf rettung du musst mich retten aber die frage weil sich die sachen dies wird gerade befinde ein bett mein gesicht ist in deiner achse drin finde ein bett ja geil ich habe ja gar kein bett für meine sachen jetzt sind all meine sachen weg ich habe nicht mal diesen hat nicht machen oder ich sag mal einfach kommen schnell andere inseln ich bin drauf wo ich bin wieder fast wo er mich einmal gebissen hat jetzt schon die foltert das wäre weg da kommt er wieder an warum kommt er so gezielt der auf uns guck mal der dich hat links hinter dir äh der beißt uns gerade das ding weg wie soll denn hier mal was bauen ich habe nur noch einer holzplanke diesen haken wie kann ich denn dir bauen wo ist er bei den werken unter dem baum haben wir eine plank und zwei kunststoffe gut wie kann ich das dir jetzt geben du musst hinwerfen also hinwerfen also entweder oh danke schön oh bitte schön oh das ist ja voll viel wir brauchen glaube ich diesen holzsperr um uns zu verteilen fast jawoll hast du zwei planken nope nur noch einen ich brauche nur noch zwei planken und ein seil ja gott hier hast du eine ach danke ich brauche nur noch ein einziges seil das heißt entweder direkt ein seil oder zwei palmbächer weil mit denen können wir das machen ja 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 äl hier einfache reiniger sechs planken sechs palmblätter und vier kunststoffe das wird spaßig fast nein hä ich trinke aber es passiert gar nichts ja hast du das auch mit wasser gefüllt ja einfüllen jetzt was hä füllen ich trinke maustast trinken aber irgendwie 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 trinke ich trinke nichts ja ich glaube wir brauchen wirklich diesen einfachen reiniger warte wenn eine tasse salzwasser zu suchen ah du trinkst auch die ganze salzwasser ah scheisse ich mein ball knissler ja du ich darf du jetzt wahrscheinlich schaden oder so nein noch nicht weil der hunger ball knissler gleich auch um äh essen kann ich dir geben aber wo hier alter grill der alter sechs planken und drei seilen könnte mit dem grill bauen hast du zwei planken äh äh eine hey da planke platzieren da musst du jetzt salzwasser glaube ich rein tun sonst macht es ja keinen sinn oh mein gott ich bin gleich tot ich bin gleich ey warte ich habe einen sperr wehe der macht das jetzt kaputt ey ich bin gleich weg ich bin gleich weg trink 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 das gleich wenn das fertig ist man wie viel braucht denn ein bett ein fettes bett kannst du mich bitte aufs floss nehmen wieder du liegst aufs floss aha da bett ja genau oh das gehst du da was ja warte willst du da jetzt vielleicht ein paar minuten liegen bleiben hehehe weil ich die 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 jetzt die 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 Hier, Bett herstellen, äh, Bett drehen, dann passt es hier auch hin, danke, äh, aufheben, ins Bett legen, ich hab's geschafft, oh mein Gott, GG, oah, hier fehlt ein bisschen ein grosses Stück, ne? Ja, warte, jetzt hab ich noch ein Baupunkt, okay, äh, wenn du genug Planken, äh, nicht Planken, äh, Blätter oder Seile hast, dann bitte her damit, dann kann ich auch das gross reparieren, oder du hast genug, dann kannst du... Äh, was brauchst du? Ähm, Blätter oder Seile? Ich hab nur Blätter. Ja, dann her damit. Zwei. Ja, okay, noch ein Blatt und dann... Und mein Haken ist übrigens kaputt. Ah, hab genug Blätter. So, Bauhammer. Erstmal hier absichern. So, mehr hab ich nicht. Achtung, Hi! Ich verhunger. Häh, hau ab, hau ab, hau ab. Wie, wie hast du dieses Ding gebaut, Wart? Ja, bei Waffen, Holzschweer. Ja, acht Planken und drei Seile. Ach du Scheiße, ey. Ja, ein bisschen teuer. Wir brauchen vielleicht auch noch diesen Grill. Äh, war kurz, ess. Ja, weisst du, wie viel der Grill macht, Alter. Junge, du brauchst ein Schrott, drei Seile und sechs Planken. Oh, die Aufnahmen geht 21 Minuten, weil wir die beenden und eine neue anfangen. Ja. Oder noch weiter machen. Nein, nein, machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Ja, Freunde, das war's von der ersten Folge von Let's Play Raft. Wenn's euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach unten. Abonniert beide Kanäle, um immer up to date zu sein. Und sonst, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.